Ein neuer Ford Transit steht hier zum Verkauf. Der weiße Transporter ist viertürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie, Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe, Wegfahrsperre, Klimaanlage, und noch vieles mehr. Das Sechsgang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 7,0 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Auf 100 Kilometern. 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 Auf 100 Kilometern.